Und das sind die Mannschaft, die sich in der Szenarik produziert haben. Einige Sieger aus Deutschland ist dabei, die steht auf der Marneins. Die deutsche Wettbewerb-Meisterin Sinti Roleta. Auf der Land 2, aus Luskland, die 5. in der Halbwertleidenschaften, Eisner Blamart-Dumper. Bar 3, 7,9, und dann stellt sich hier die Bundesliga-Siegerin von Wien und Links auf dem Luskland-Event-Nurz. Bar 4, die Schnellste im Vorhaben auf Europa-Panz, Nummer 1, die 4. in der Europäischen Wettbewerb-Meisterin Sinti Roleta. Kristina Bukicic. Bar 5, die Schnellste im Vorhaben auf Europa-Panz, Nummer 1, die 4. in der Europäischen Wettbewerb-Meisterin Sinti Roleta. Bar 6, mit 8,0, und persönliche Gäste als zurückvorragend gelaufen. Die Schweizer Meisterin Sinti der Europäischen Wettbewerb-Meisterschaften, Lisa Uresch. Bar 7, mit 7,75 Sekunden aus Kanada, die Zahl der Halbwertleidenschaften, Perdida Felicier. Und auch Vera Watt aus Jamaica, die siebte der Weltbewerb-Meisterstaatwelt Sinti Roleta, also sechs Jahre her, 2005 her. War es mit Dixeln. Applaus 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 Vorher haben sie noch gezeigt. 7,818 Prozent. Wer es beschrieben ist, ist es 7,82 Prozent. Und jetzt neue Weltkast-Bestgastung. Die zweite Weltkast-Bestgastung dieses Nachmittags. 10,87 Prozent. 63,3 Prozent. 7,8 Prozent.